Musik Ich bin Claudi von Boboff Psycho und ich habe mit dir nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, du kannst bei mir für nur 30 Euro ein Bike gewinnen, das nach deinen Vorstellungen gebaut wurde. Wie das Ganze funktionieren soll, das erkläre ich dir in wenigen Sekunden. Bleib dran! Aber erst einmal, was ist das Konzept? Wie ihr sehen könnt, ist mein aktuelles Bike-Projekt hier in den letzten Zügen und sollte eigentlich in den nächsten Tagen fertiggestellt werden. Das bedeutet, diese Hebebühne hier wird in Kürze wieder frei werden und somit ist Platz für ein neues Projekt. Als nächstes habe ich geplant, auf der Grundlage einer Kawasaki VN800 ein richtig geniales Bike zu bauen. Und warum wird das so richtig genial? Weil ihr das Bike designen werdet. Ihr werdet mir sagen, wie ich es umbauen soll. Wie das Ganze funktionieren soll? Ganz einfach. Über meinen Instagram-Account, Boboff Psycho, werde ich euch abstimmen lassen, welche Komponenten am Bike verbaut werden. Also jedes Mal, wenn es darum geht, ein optisch relevantes Teil am Bike zu verbauen, wie zum Beispiel Tank, Lenker, Sitzbank, Fender, Lackierung und alle anderen Teile, werdet ihr entscheiden, in welche Richtung der Style des Bikes gehen soll. Somit entscheidet ihr das komplette Design und das Aussehen des Bikes. Und weil ich in der Vergangenheit, nach meinen bisherigen YouTube-Filmen, sehr viele Anfragen bekommen habe, was bei einem Umbauprojekt zu berücksichtigen ist, worauf beim TÜV geachtet werden muss oder auch was für Ersatzteile ich verbaut habe, wird das komplette Umbauprojekt in mehreren Filmen Schritt für Schritt auf Video dokumentiert. Anhand dieser Dokumentation soll anschließend wirklich jeder in der Lage sein, das komplette Bike nachbauen zu können. Und jetzt kommt das wirklich Interessante, wenn ihr am Ende vielleicht der Besitzer dieses einmaligen Bikes werden möchtet. Um das gesamte Projekt finanzieren zu können, möchte ich die kompletten Unkosten, wie zum Beispiel Bike-Anschaffungen, Ersatzteile, TÜV-Gebühren und alles andere, was anfällt, über eine Art Crowdfunding finanzieren. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, mit nur 30 Euro das Projekt finanziell zu unterstützen. Wenn der im Textfeld unterhalb des Videos angegebene Mindestbetrag erreicht wurde, werden alle beteiligten Personen an einer Verlosung teilnehmen, dessen Hauptgewinn am Ende das fertige Bike sein wird. Die Mindestsumme liegt in etwa bei dem Betrag, den ich für den Bike-Umbau einkalkuliert habe. Sollte mehr Geld als der Mindestbetrag zusammenkommen, haben wir die Möglichkeit, das Bike exklusiver zu gestalten. Sollte der Mindestbetrag am Ende nicht erreicht werden, bekommt ihr euer Geld selbstverständlich zurück und ich werde das Bike am Ende selber behalten. Alle Informationen hierzu und auch die ganzen Details könnt ihr unten im Textfeld nochmals nachlesen. Wenn ihr am Ende, also der Besitzer, dieses einzigartigen Bike sein möchtet, beteiligt euch mit einer finanziellen Unterstützung im Wert von nur 30 Euro und nehmt somit an der Verlosung teil. Zudem werdet ihr als Gewinner Teil einer genialen YouTube-Story und könnt im Rahmen des Films für eure Social-Kanäle, wie zum Beispiel Instagram, YouTube, Facebook und was es sonst noch gibt, werben, sofern ihr das möchtet. Ich bin gespannt auf unser gemeinsames Projekt und bin mir sicher, dass wir zusammen ein absolut geiles Bike bauen werden. Unterstützt mich also mit eurem guten Geschmack bei den Abstimmungen auf dem Bob-Op-Psycho-Instagram-Kanal und verfolgt das Umbauprojekt auf YouTube. Und vielleicht lernen wir uns am Ende persönlich kennen, wenn ich dir als Gewinner das fertige Bike übergeben darf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dranbleibt und unser gemeinsames Projekt verfolgt.